Ihr Halli, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Vollgeist! Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video! Und damit herzlich willkommen Leute, äh, den Fallbrüdern! Jo, heute bin ich mal nämlich nicht alleine! Rösterchen! Ja, ihr habt ihn schon gehört. Der Sunny ist heute mal mit dabei. Uh! Mich schnappt, böllert! Ich weiß nicht, was er auf seiner Seite macht. Minz, Minz-Schnaps trinken. Aber er bereitet sich schon darauf vor, dass er verliert, offenbar. Äh, wir sind beide Kaktusse, wir sind die Kaktus Bros. So, ich mach das jetzt so, jede Runde, jedes Match, wenn wir ein Match gewinnen, trinke ich einen Shot drauf. Okay, ich hab hinter, äh, einen sehr nüchternen, äh, Typen in der Leitung. Oh nein! Seid mal ein bisschen zuversichtlich, ja. Meine Zuschauer wissen schon, ob ich die Wippen hasse. Ich mag die auch nicht. Aber mittlerweile geht's eigentlich. Ach, warte mal, das Spiel ist bei mir auf dem Fernseher zumindest stumm. So, jetzt höre ich was. Äh, wo ist der? Da hinten ist der. Da hinten ist mein Kaktus Bro. So, huiih, auf dass ich gleich wieder runterfliege. Weil die alle in ein Recht stehen. Kriegen wir jetzt auch so. Ich will leben, bitte. Ich hab nicht viele Menschen im Leben. ich bin auch konnte ich auch nicht aufverlangen nein nein ich spreche ich nicht runter ich würde nur gerade nach unten segeln so jetzt aber bitte leute bringt mich bitte mich um wie habe ich mich denn jetzt nach vorne gepostet lebst du noch einmal ein bisschen hinter dir leute es ist auf jeden fall die erste folge die wir zusammen aufnehmen wir haben nicht so um die fünf folgen rausgeschmissen weil wir von uns immer raus geflogen ist in der ersten runde ich will nicht kuscheln ich will dich doch nur umarmen kann das ding sich mal drehen danke ich will doch nur da hoch bist du schon drüber ich guck mal gerne denken sich nicht mal richtig stellen ja danke man kommen weiter die springen alle in einen rein ich gehe rechts wo du gerade weg gehietet nein der fand ist ein hammer versucht den hammer zu nutzen seit wann ist er da ich habe versucht den hammer zu nutzen ist kam das mit dem neuen update dass er jetzt ein hammer ist ich habe selbst vergessen ich habe das ja noch vor der aufnahme gesagt dass da jetzt varietäten sind ich habe seit dem neuen update habe ich aber auch ein bisschen gespielt tatsächlich war nicht viel ja ich habe seit dem neuen update nicht gespielt komme ich über die starte schon ich fliege runter ich bin durch ich will ich lasse mich in ruhe hühnchen schaffst du so ich weiß es nicht mal nicht weil ich suche die ganze zeit normal war da ist ja mal l1 drücken ja ich musste dich gerade suchen kommen das kannst du noch schaffen du musst jetzt nur durchkommen alles gehe rechts du musst es auch noch nein nein wir machen die auch ich gehe auf band nicht ich muss eine neue anwand machen ich fühle mich geschmeichelte träumst von mir nein nicht im guten sinne kannst du bitte hier den cut setzen das will ich eigentlich dritte haben dass diese reaktion ja na gut kann ich drin lassen ja leute wir sind auf dem weg zur zweiten runde also zum zweiten schweif weil es in der ersten runde rausgeflogen und ich will nicht ohne meinen kaktus pro weitermachen der leider gottes mein aussehen angenommen hat jetzt habe ich einen bösen zwilling mein schlimmster troppel seit licht war geworden ich weiß nicht so nie wer ist der klot von wem ich mein klon ein teil für x faktor also da müssen wir jetzt aber eigentlich beide durchkommen weil das ist wirklich easy ich habe da mal fünf minuten ich habe da fünf minuten mal festgegangen und bin trotzdem irgendwie als 20 da durchgekommen also das spiel ist echt easy ich guck mal es kann sich nur einer qualifizieren da war bei mir kurzem back dass er nur 0 von 1 stand ach so ja das habe ich auch manchmal nein dieser bilde probleme habe ich nach vorne geschoben genau gegen den propeller gesprungen so hier ein trick ich hab die trick verkackt du musst dich nämlich genau davor hin schmeißen ja das kenne ich bin aber auch passiert und es hat nicht geklappt ich versuche jetzt noch einmal und dann versuche ich noch mal ich versuche auf der seite ok es hat nicht noch mal geklappt ich versuche es jetzt so ich habe eine abkürzung genommen hier wie eine abkürzung der hat mich bis nach vorne geschleudert hilf mir doch obama ja 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 ich hoffe ich habe doch ein ziel ich bin knapp hinter dir ich schaffe es so und jetzt kann ich endlich auch mal das tun was ich eigentlich machen wollte ich wollte ja nämlich das doch jahrzehnte ok also du weißt ja dass ich so bei der arbeit internats mäßig wurde ich bin da von der arbeit zum internat gefahren habt ihr auf dem parkplatz gehalten erstmal noch nichts besonderes ich sehe dass da sich jemand aus seinem eigenen auto ausgesperrt hat und drei leute versuchen das aufzusperren mit einem draht denkt mir dabei noch nichts ich komme dann wieder von meinem zimmer mit all meinen sachen und dann sehe ich dass auf einmal zwölf leute um das auto herum stehen und vier leute an jeweils einer tür versuchen das scheiß auto aufzubrechen mit einem draht und sie kriegen es einfach nicht geschissen wo er weiß dass er sich auch so ausgesperrt kann auch genau guten einbrecher gewicht habe ich habe die gefragt und dann sah ich den schlüssel drin stecken ich wollte das ein mega genial achte leute um das auto herumgucken dazu wie viele leute es nicht hinkriegen auto aufzukriegen weißt du was ich werde versuchen mich von dem hammer nach vorne schlagen zu lassen ich werde einfach versuchen und wenn ich dabei drauf geht so und hier gibt es ja irgendwie einen trick dass man sich unter dem ball mogeln kann aber das kriege ich irgendwie nie hin ich habe nur gesehen dass einer den ball gerade richtig hoch gehietet hat man schockst mich doch alle nicht wie hat der ball mich nicht getroffen ich weiß es nicht man ich weiß es nicht du hast mich gesehen oder ja ja wie hat mich das nicht getroffen also ich bin da einfach weitergelaufen so und jetzt mache ich den schweig ich werde es versuchen nein ich muss ja ich habe dich direkt versuchst du es jetzt auch mit dem hammer das schweiz ich nicht weg die aufnahme bleibt ja die kaktus muss sich trennen da fehlt mein bruder jetzt bin ich der einzige kaktus er hat die challenge jedes mal wenn ich gewinne muss er sich einen trinken das heißt er wird nicht besonders betrunken werden wenn wenn einer von uns das spiel gewinnt also wirst du nüchtern bleiben du wirst auch nüchtern bleiben vielleicht mich am ende der aufnahme einmal einfach weil warum nicht ich bin raus nein team spiele sind so kann ich habe das normale abschweifen gehabt und bin einfach nur raus geflogen ich meine jetzt ist ein team wenn du ein guter team bist gewinnst du aber ansonsten ist ja eigentlich irgendein hammer der mich richtig wegkommen könnte ich will aus dem jahr fliegen vier stück warte mal ich mache jetzt einfach diesen welcher ach so ich habe schon einen schweif zu start was soll das ich werde dich gibt dem wieder herr du grüner nein ich will nicht meinen eigenen packen ich will den grünen davon hat hat er dir deinen schwanz geklaut danke warum habt ihr eben so du bist die letzte mit dem schweif von euch ne was ne da stehen jetzt weil ich mir jetzt nicht mehr ja ich bin gerade gut im verteidigen nein ich bin doch nicht gut naja blauschein zu gewinnen schade ich will nur die rausfliegen du du hast das gut gemacht aber der rest der rest ja ich habe mich halt immer wieder wegschlagen lassen weil ich dachte das ist eine gute taktik ja ja ist es ja auch ich habe ihn nicht mehr sehen können den eigenen grün hier qualifiziert ich bin noch weitergekommen stimmt die ersten zwei teams gewinnen glaube ich die ersten drei nur das schlechteste team fliegt raus wie viele punkte hat in meinem team denn zum ende vier glaube ich ist das in der letzten sekunde noch passiert ich glaube ja die hatten glaube ich kurz fünf sekunden feuer hatten die glaube ich null weil noch schnell vier geschnappt die müssen aber dann wirklich alle zeitgleich sich eingeschnappt haben und ich bin jetzt wirklich raus ok das ist cool obwohl je nachdem was kommt es gibt ja mehrere versionen davon wenn du diesen platten kommen wo ich hoch springen muss dann könnte ich es noch schaffen das hasse ich da habe ich erstens dran verreckt weil ich wusste dass das fließt ach ja leute ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt es ist kommt für nächste woche gibt es den stream samstag die uhrzeit die gucken wir noch er wird auf twitch stream und ich auf mann das nicht los auf youtube also es könnte so 19 oder 20 uhr sein der stream 18 mal gucken wo ist es schon einer raus die haben alle mich reingetreten und deswegen die ganze zeit umgefallen ansonsten hatte ich das spiel noch nie nur das ist verdammt wir wollten sich ja wenn ich schon sterbe wie noch ein bett ja aber nicht den kaktus der ist doch so cool vor allem wie könnte ich überleben in der wüste wir können die kaktus überhaupt anfassen und es ist zu verletzt der sprichst du kannst in der letzten sekunde ruhig runter springen du wirst du würdest nicht unten ankommen sind nicht zwei rausgegangen sind noch übrig 11 heißt noch eine runde und dann finale glaube ich glaube ich erst finale das könnte ich überleben das habe ich keine finale was du bei dem machen musst du musst von platte zu bringen dann holst du mehr zeit raus ja das habe ich schon im videos gesehen also ich weiß die weg geht es funktioniert aber selbst gemacht habe ich noch nie also gucken ob ich gewinne erstmal recht nach rechts rüber springen ich habe direkt schon eingeschissen ich mache das jetzt sinnvoll du kannst auch springen und dann vier drücken dann schmeiße ich mir ja genau so er kennt einfach rüber alter ja ist auch nicht gerade verkehrt muss ich ja von den meisten fern hat man kann das relativ easy gewinnen wenn du dich sehr weit oben hält sich das ganze springen ich will nur einmal gewinnen wird es die sieg heute werde ich endlich mal folge ich habe alles weg panik 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 ich drücke die daumen schaffst du schaffst das ich glaube ich das ist kein witz der sprung hat bei mir echt hart die lädt man hört vielleicht sogar wie ich die taste versucht habe zu drücken also ich habe nichts gehört schade wenn diese leute einfach alle rüber rennen überall einfach laufen für menschen alter also weg gehext ist bei mir offenbar nix wir gucken wir haben gerade noch geguckt wer gewonnen hat der pirat hat gewonnen oder was auch immer sein soll schatten holz wenn das ist für mich ein pirat türenlauf das ist ein toller start für eine zweite runde also leute wenn wir im duo spielen spielen wir generell mindestens zwei runden das ist pflicht links ja wenn wir da ankommen würden wäre es rechts da ist eine banane mit smiley auf dem rücken ja die kommen glaube ich letztens neu hinzu cool da sind zwei davon und ich sehe eine andere ich spreche durch diese tür weil sie ist richtig verdammt ich habe auch versucht ich weiß echt nicht ob es bei dem spielen vorteil ist weil hallo der wurde von einem themen geboostet ja man kann halt sind auf diesen platten ultra glitschen das habe ich schon mehrmals gesehen also das ist kein heck leute der ist einfach so hart auf der in dem ding rumgeglitscht wieso diese tür ist richtig ob jetzt positiv oder nicht weiß ich nicht sie treten sie treten mich ich trete aber auch ich will dadurch lässt mich doch du bist da neben mir kommt das schaffen wir ich war glaube ich 40 oder 41 das ist immer so eine panikmache am ende bei dem spiel ich war glaube ich 40 oder 41 da ich kriegskotzen sei froh du bist weiter rollfeld was er schon gemacht ich glaube ja einmal gut halte ich nicht zu nahen das kannte auf ich bin schon so oft einfach runtergekollert weil ich zu weit an der kante war ja wo bist du denn da bist du komm her ich muss dich anfassen jetzt kam wie das kam ich habe es einmal gemacht und empfangen direkt fünf weitere beim jahren hört doch auf lasst mich ich spiel mal ein schuldiger alter mann sieht ihr nicht den grauen bord ich bin schon 100 jahren lasst mich in rohe wenn du hunderschönig der kaiser von china ok das ist ja gut hier kommt wieder nichts kommt wieder nichts perfekt einer noch ja ja gold ich glaube heute haben wir die chance wir können das gewinnen das glaubst du auch selber nicht aber nicht spätestens beim teamspiel fliegen raus kommt wir sind zwei leute die super intim spielen sind denke ich nur an die mario maker folgen leute werden die mario maker folgen bei uns übrigens verpasst hat ihr solltet ihr unbedingt anschauen oh ja der eine ist sogar schon grün verleiht so ok wir sind ja es gibt nur noch drei kaktus du ich und noch irgendein anderer naja der lixen kann dass er mit dem hotdog gepaart wurde ich kürzen hatten sie schon wieder alle dich ja ich gerecht sich gerecht das ist das einzige spiel wo ich immer und immer wieder laut werden ich bin schon wieder bruderlos die party kann steigen weil mich leute alle festhalten ich bin nämlich festgehalten hätte ich das überlebt mein bruder darauf braucht man schaut ich höre es nicht aber ich glaube der trinkt sich hat echt ein ja ich war mit dem zu anfang dieser runde der rest ist geliebt ich weiß ist ja noch der andere kaktus drin und jetzt wirst du verlieren ich weiß er gerne ist so ein scheiß spiel ich habe das einmal gespielt und habe das kotzen gekriegt ja welches team bin ich überhaupt ich bin team gelb ich glaube ich habe das einzige team und da ist noch ein vierter sondern aber wenigstens die taktik einfach so nach vorne schmeißen ja wenn du treffen solltest wieso klappt doch einfach nehmen und loslassen wir müssen gleich mal zu rot gehen und da haben wir noch mal klauen hier auf nach dem blauen ja es ist ausgeflogen nein nein gibt das hier das ist meins der kann um das ein beginnt der rote erst nicht kriegt kann das bitte in best of rein nein blau darf nicht kriegen wir haben schon sechs punkte hier ist egal hauptsache ich komme weiter so übelst behinderten zweiter bist du jetzt ich glaube ich bin ich bin war ja auch der einzige der beruht einfach die eier die ganze zeit rausgeschmissen hat das war glaube ich die richtige taktik wieso ist eigentlich ein grüner das siehst du doch auch ja das ist der grünen vielleicht keine ahnung dann sind vielleicht raus geläftet oder sonst wollen jetzt auch wieder kommen bitte nicht wieder weggehext jahr berg schätze bitte bitte ich ich verlange nicht viel in meinem leben ist ein miktus ist ein du weißt bescheid du musst die krone mit r2 da ist ein hammer in der mitte aber ich glaube der würde mich nicht hoch genug boosten weiß ich nicht keine ahnung ich drücke dir beide daumen soll hier weiß ich erst mal springen damit man nicht auf die schnauze fliegt ja schon geschehen soll ich gehe links weil rechts sind alle schön weg von dem bleiben ob bisher läuft gut ich hätte nichts sagen dürfen ich habe nur eine möglichkeit das hier zu gewinnen es muss funktionieren wieso trifft mich hier nichts darfst du was nicht sagen ich versuche ich habe den versuch gestartet leute ich habe zehn ehrenpunkte damit verdient eigentlich darauf einen shot ja leute das war es auf jeden fall mit dieser folge vollgeist ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr alles nahe und neigt da und wir freuen uns natürlich auf den stream der am samstag läuft tschüss